Herzlich willkommen bei der Emil-Freigruppe. Seit Mitte der 70er Jahre wird er gebaut und ist eines der erfolgreichsten Modelle des Automobilherstellers Ford, der Fiesta. Heute sind wir in der sportlichsten Version unterwegs, dem ST. Wobei wir auf die Sportlichkeit eigentlich nicht den Schwerpunkt legen wollen, denn der Fiesta ist äußerst vielseitig und bietet für jeden Anspruch eine individuelle Ausstattung. Neugierig geworden? Dann starten wir jetzt erst mal mit dem optischen Auftritt des kleinen Schwarzen. Schick in Schale präsentiert sich der Fiesta mit einer Front, die sich gerade in der Variante ST sehr sportlich in Szene setzt. Die LED-Scheinwerfer ziehen sich Fiesta-typisch bis in die Kotflügel. Große Lufteinlässe sind die Erfüllungsgehilfen des hier verbauten 200 PS Aggregats. Dabei startet die Motorenpalette bei flotten 75 Benziner PS, die Dieselversion bringt 85 PS auf den Asphalt. Natürlich alle auf dem neuesten Stand der aktuellen Abgasnormen. Die gut 4 Meter kompakte Seitenlinie überzeugt durch eine leicht keilförmige Optik sowie die konkaven und konvexen Karosserie-Strukturen. Komplettiert durch die rathausfüllenden 18 Zoll Leichtmetallräder beim ST ein optischer Leckerbissen. Ein Blick auf das Heck zeigt scharf geschnittene Rückleuchten ebenfalls in LED-Technik und die große Heckklappe des praktischen Kofferraums. Dazu gleich mehr. Egal aus welchem Winkel man den Fiesta betrachtet, er macht stets eine gute Figur. Kein Wunder also, dass er sich von der ersten Generation bis heute über 15 Millionen Mal verkauft hat. Und dabei hat er nicht nur die klassische Zweitwagen-Zielgruppe erobert. Er hat sich über die Zeit zu einem wahren Generalisten entwickelt. Und daran haben nicht nur die vielen Komfort- und Technik-Features erheblichen Anteil. Doch schauen wir einfach mal rein. Wohlfühlen ist angesagt im Fiesta. Haptik und Optik stimmen. Die Sitzposition ist auch für Großgewachsene perfekt. Schon serienmäßig gibt es hier eine Radioanlage mit Bluetooth, Freisprecheinrichtung, AUX sowie mehreren USB-Anschlüssen. Das Handy wird dabei über Apple CarPlay oder Android Auto angebunden. Optional das hier zu sehende Sync-3-System, CD-Laufwerk, DAB-Tuner, Bang & Olofsson-Soundsystem und Navigation mit Verkehrsfunk in Echtzeit sowie Notruffunktion. Wer möchte noch eine Sprachsteuerung on top, die sogar SMS vorliest? Kommando bitte. Navigation. Alles fühlt sich einfach gut an im Fiesta. Wichtiger Punkt in dieser Klasse, der Kofferraum. Auch da hat er einiges zu bieten. Neben getrennt umklappbaren Lehnen haben wir ein Volumen von 225 bis 940 Liter zu vermelden. Letzteres aber nur, wenn man wirklich Dach hochladen sollte. Beeindruckend für einen Kleinwagen und einfach rundum praktisch. Tja und wenn man schon mal drin sitzt, dann möchte man ihn natürlich auch fahren. Nichts einfacher als das Startknopf gedrückt und los geht's, denn wir wollen wissen, wie er sich auf der Straße präsentiert. Gut, natürlich sind 200 PS im Fiesta eine Ansage, aber auch die alternativen Motorvarianten bieten viel Dynamik und Fahrfreude. Hierauf hat man bei der Entwicklung gerade der Ford EcoBoost Benzinmotoren einen Schwerpunkt gelegt. Umweltkonform mit niedrigen Verbräuchen und Emissionen sind die Fiesta-Aggregate bestens aufgestellt. Da macht es einfach Spaß, ob das gemütliche Cruisen oder wenn es auch einmal etwas sportlicher sein darf. Alles unter Kontrolle mit Ganganzeige und ausstattungsspezifisch dem Ford EcoMode. Das Cockpit visualisiert dabei per Anzeige das Fahrverhalten unter Umweltaspekten. Die Fahrwerkskonstruktionen sind dabei komfortabel konfiguriert und bieten in Kurven und auf der Geraden die jeweils passende fahrerindividuelle Auslegung. Apropos individuell. Ein nahezu schon Alleinstellungsmerkmal in seiner Klasse sind die vielen Assistenzsysteme des Fiesta, die das Fahren sehr sicher machen. Von der automatischen Abstandsregelung über den Spurhalte- und Spurwechsel bis hin zum Fernlichtassistenten sowie Müdigkeitswarner und toter Winkelassistent. Das hat absolut klassenhöheres Niveau. Der Ford Fiesta, der ist nicht von ungefähr so erfolgreich. Ein schickes Äußeres, ein Innenraum zum Wohlfühlen, sicher, sparsam, umweltbewusst und tolle Features. Kurzum, alles kompakt in einem Kleinwagen integriert. Und dieses Gesamtpaket, das macht richtig Spaß, wie wir das heute erleben durften. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann empfehlen wir Ihnen eine Probefahrt bei uns, bei der Emil Freigruppe. Wir wünschen Ihnen jetzt schon einmal gute Fahrt mit dem Fiesta. Fiesta